Nummer 5 Dieses XP-Stift-Grafik-Tablett bietet eine hohe Drucksensitivität mit bis zu 8000 Druckstufen, so dass Sie eine ganze Reihe von Pinseln und Stiften erstellen und bearbeiten können. Der Stift benötigt keine Batterie und muss nicht aufgeladen werden. Das XP-Stift-Tablett ist mit den meisten Computersystemen und Softwareprogrammen kompatibel und kann mit allen gängigen Grafikprogrammen wie Photoshop, Painter, Illustrator, Clip Studio verwendet werden. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 4 Dieses Produkt ist mit Windows oder Mac, aber auch mit Android-Geräten kompatibel. Sie können die entsprechende Update-Firmware auf der offiziellen Website herunterladen und Sie können Ihr Telefon einfach über den OTG-Anschluss mit dem Tablet verbinden. Der Stift funktioniert ohne Batterie, das Gerät wird mit einem Stifthalter geliefert. Bis zu 8000 Stufen der Druckempfindlichkeit, dickere und dünnere Linien lassen sich besser kontrollieren. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Dieses Grafiktablett hat eine Oberfläche von 10 x 6 Zoll, dicke, 8 mm, es ist ultradünn. Der Stift funktioniert ohne Batterie, er ist mit einem seitlichen Schalter ausgestattet, mit dem zwischen Pinsel und Radiofunktion umgeschaltet werden kann. Der USB-Anschluss vom Typ C ermöglicht Ihnen den einfachen Anschluss des Tabletts. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2 Dieses digitale Grafiktablett mit ultradünnem Design ist ideal für digitales Zeichnen, Malen oder Fotoretusche. Es ist mit druckempfindlichem Stift ausgestattet, etwa 4000 Stufen. Einfache Konfiguration und Verwendung, Bluetooth und USB-Konnektivität. Der mitgelieferte Stift ist perfekt berührungsempfindlich und ermöglicht es Ihnen, den Strich auszublenden und zu variieren oder Pinselgröße, Deckkraft und Stil zu ändern. Der ergonomische, batterielose Stift mit vier anpassbaren Tasten bietet Natürlichkeit, Kontrolle und Präzision. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 1 Drahtloses Grafiktablett Geeignet für drahtlose oder drahtgebundene Verbindungen. Der Stift hat ein ergonomischeres Design, das hohen Druck aushält und keine Batterie benötigt. Der Treiber ist kompatibel mit Windows 7, 8, 9, 10, Mac, mit den meisten Programmen wie Adobe Photoshop und Coral Painter. Das Grafiktablett wird mit allem notwendigen Zubehör, aber ohne Grafiksoftware geliefert. Schwarze Farbe Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Wie Prozent der Schulung. Bis zum nächsten Mal. Die Schulung. Nicht acht Euro für Jahrzehnte.